Beängstigende Bilder erreichen uns aus dem Nordosten der Ukraine. Zum ersten Mal hat Russland nachweislich eine 1,5 Tonnen schwere Aerosolbombe eingesetzt und über einer Kleinstadt abgeworfen. Mit welcher Zerstörungskraft diese Bombe aus Sowjetzeiten wirkt, sollen diese Bilder zeigen. Die Bombe hinterlässt nach ihrer Explosion eine gigantische Wolke der Zerstörung. Offenbar bis zu einem Kilometer hoch. Bomben dieser Art setzten kurz vor dem Ziel eine brennbare Flüssigkeit frei. Die dadurch entstehende Wolke zerstört Gebäude und lässt Menschen ersticken.